Jörg Scharfenberg wird ab Januar 2024 die Oberlausitz-Kliniken leiten. Damit tritt er die Nachfolge von Rainer Rogowski an, der nach über 20 Jahren als Geschäftsführer der Gesundheitseinrichtung in den Ruhestand geht. Das hat das Bautzner Landratsamt jetzt mitgeteilt. Der Landkreis hatte Ende vergangenen Jahres eine bundesweite Suche nach einem Nachfolger gestartet, bei der sich Scharfenberg gegen 17 weitere Bewerber durchsetzen konnte. Der neue Geschäftsführer ist in der Region kein Unbekannter. Er verfügt über eine langjährige Erfahrung im Führen von Gesundheitsunternehmen und ist aktuell Geschäftsführer des Herzzentrums am Dresdner Universitätsklinikum. Zuvor war er als Chef des Lausitzer Seenlandklinikums in Hoyerswerda tätig. Die Oberlausitz-Kliniken sind mit rund 1200 Beschäftigten das größte Unternehmen in Trägerschaft des Landkreises. Zum Klinikverbund gehören neben den Krankenhäusern Bautzen und Bischofswerda auch medizinische Versorgungszentren und Pflegeeinrichtungen.